Die Spannungen innerhalb der königlichen Familie lassen weiter nach, da Prinz Harry und Meghan Markle offenbar erneut uneins sind. Diesmal dreht sich der Konflikt um die Entscheidung des Paares, die Trooping the Color Fire 2024, eine jährliche Veranstaltung zu Ehren des offiziellen Geburtstags der Königin, auszulassen. Aber bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für Updates. Die Spannungen kochen über. Quellen, die der königlichen Familie nahestehen, weisen darauf hin, dass die Kluft zwischen Harry und Meghan in den letzten Monaten immer größer geworden ist und das Paar in einer Reihe von Fragen offenbar nicht einer Meinung ist. Der jüngste Brennpunkt scheint das Trooping the Color Events zu sein, das im Juni 2024 unter der neuen Herrschaft von König Karl III. stattfinden soll. Insider-Berichten zufolge hatte Prinz Harry darauf bestanden, zusammen mit seinem Vater, dem König, und anderen hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie an der feierlichen Parade teilzunehmen. Allerdings soll sich Meghan Markle dieser Idee widersetzt haben, mit der Begründung, sie wolle der intensiven Medienbeobachtung und öffentlichen Aufmerksamkeit entgehen, die oft mit solch hochkarätigen königlichen Engagements einhergeht. Harry freute sich wirklich darauf, nächstes Jahr Teil von Trooping the Color zu sein, verrät eine Quelle aus dem Palast. Es war schon immer eine wichtige Tradition für ihn und er freute sich darauf, unter der Herrschaft seines Vaters an der Veranstaltung teilzunehmen. Aber Meghan war bei dieser Idee ziemlich zögerlich, und das hat zu echten Spannungen zwischen den beiden geführt. Die Quelle erklärte weiter, dass Meghan in den letzten Jahren immer misstrauischer gegenüber dem königlichen Rampenlicht geworden sei und es vorziehe, unauffälliger zu bleiben und sich auf ihre verschiedenen Wohltätigkeitsbemühungen zu konzentrieren. Diese offensichtliche Abneigung gegen öffentliche königliche Pflichten soll ein Hauptstreitpunkt zwischen dem Herzog und der Herzogin von Sussex sein. Meghan hat sehr deutlich gemacht, dass sie kein Interesse daran hat, bei Trooping the Color dabei zu sein, und das hat Harry wirklich verärgert, fuhr der Insider fort. Er sieht darin eine wichtige familiäre Verpflichtung, aber Meghan möchte den ganzen Zirkus darum einfach vermeiden. Eine Kluft wird größer. Die Meinungsverschiedenheit über Trooping the Color hat Berichten zufolge dazu beigetragen, die bestehenden Spannungen innerhalb der Sussex-Familie zu verschärfen. Quellen deuten darauf hin, dass Harry und Meghan in einen anhaltenden Kampf verwickelt sind, um ihre unterschiedlichen Ansichten über ihre öffentliche Rolle und Verantwortung als Mitglieder der königlichen Familie in Einklang zu bringen. Gibt eine grundlegende Diskrepanz zwischen Harry und Meghan, wenn es um ihre Herangehensweise an das königliche Leben geht, verrät ein enger Freund des Paares. Harry sieht sich immer noch als arbeitender König mit einer Pflicht gegenüber der Krone, während Meghan sich vielmehr darauf konzentriert, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und ihre Privatsphäre zu wahren. Dieser Konflikt der Prioritäten soll zu zahlreichen hitzigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden geführt haben, wobei keiner offenbar bereit war, von seinen jeweiligen Positionen abzuweichen. Das Thema Trooping the Color scheint der jüngste Brennpunkt in ihrem anhaltenden Machtkampf zu sein. Harry gibt sich hier wirklich Mühe, fuhr der Freund fort. Er betrachtet Trooping the Color als eine wichtige Familientradition und besteht darauf, dass er da sein muss, um seinen Vater, den König, zu unterstützen. Aber Meghan lässt sich einfach nicht darauf ein und das führt zu großen Spannungen zwischen ihnen. Mittendrin gefangen Während sich der Konflikt zwischen Harry und Meghan verschärft, gerät die gesamte königliche Familie mitten in den immer erbitterteren Streit. Insbesondere König Karl III. soll zutiefst besorgt darüber sein, welche Auswirkungen die Spaltung von Sussex auf die allgemeine Einheit und Stabilität der Monarchie haben könnte. Der König ist wirklich besorgt darüber, wie sich das alles entwickeln wird, verrät ein Palast-Insider. Er hatte gehofft, dass Harry und Meghan einen Weg finden würden, ihre Differenzen beizulegen, aber es sieht so aus, als ob das vielleicht nicht möglich wäre. Berichten zufolge ist Charles bestrebt, eine Wiederholung der aufsehenerregenden königlichen Dramen zu vermeiden, die die Familie in den letzten Jahren geplagt haben, und es wird angenommen, dass er konzertierte Anstrengungen unternimmt, um eine Versöhnung zwischen seinem Sohn und seiner Schwiegertochter herbeizuführen. Der König tut alles, was er kann, um Harry und Meghan dazu zu bringen, sich in dieser Sache einig zu sein, fuhr der Insider fort. Er weiß, wie wichtig es ist, dass die Familie geeint auftritt, insbesondere bei großen öffentlichen Veranstaltungen wie Trooping-Dekaler. Da jedoch sowohl Harry als auch Meghan scheinbar in ihren jeweiligen Positionen verwurzelt sind, erscheint die Aussicht auf eine schnelle Lösung des Konflikts immer unwahrscheinlicher. Eine ungewisse Zukunft Während sich die Fronten in der Trooping-Dekaler-Frage verschärfen, bleiben die langfristigen Auswirkungen auf die Familie Sussex und die gesamte königliche Institution unklar. Einige Beobachter glauben, dass der Streit möglicherweise zu einer dauerhaften Entfremdung zwischen Harry und seiner Familie führen könnte, während andere hoffen, dass dennoch eine Lösung gefunden werden kann.